Wir müssen uns immer wieder aktiv einbringen, dass ein friedliches Zusammenleben möglich ist. Wischt euch ein heißt, dass man sich aktiv einbringen soll in diese Wirklichkeit. Wir sind nicht irgendwie parallel außerhalb der Welt, sondern wir sind Teil dieser Welt, Teil dieser Gesellschaft. Wir müssen uns immer wieder aktiv einbringen, dass ein friedliches Zusammenleben möglich ist. Ich verstehe das Zitat vom Papst als Aufforderung, sich einzubringen und sich bewusst zu machen, dass Gewalt und Gewalttätigkeit nie Lösung von Problemen sein kann, sondern immer eher die Gewaltlosigkeit, die Deeskalation. Und dafür brauchen wir die Selbstrücknahme unserer selbst. Wir müssen uns immer wieder erinnern, dass da zur Vergebung und der Neuanfang notwendig ist und das Aufeinanderzugehens. Erst dann können wir gemeinsam konstruktiv Gesellschaft gestalten. Mischt euch ein! MDR 2020